Dieser Volkswagen Passat ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 46.000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Hysofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und noch vieles mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017